Ja, ist unser Bett überhaupt gesichert, weil hier rusht schnell einer durch und dann zack ist es weg. Ja, da versucht das ganze Team Blau und ich habe das ganze Team Blau ausgelöscht, also runtergehauen. Mit einem Knockback-Stick, okay, Respekt. Hey Leute, willkommen zu einer Runde Bedroars mit dem... Logo, hi! Oh, hier ist mal das Loch stopfen, so. Wir spielen die Map Old World und jetzt geht es los. Noch ist keiner in der Mitte. Wir werden vielleicht die Ersten in der Mitte sein. Ja, ich glaube, sieht so aus. Oh Gott, ja. Das sind unsere Partner, ach, die schon da oben. Oh Gott, reicht's? Oh Gott, bin das jetzt vor... Es hat genau gereicht, okay, ich bin Erster, ich will mir jetzt direkt einen Bogen und dann geht der Spaß los. Ja. Gut, ich komme in die Mitte und versuche ein bisschen zu verteidigen. Ja, ist unser Bett überhaupt gesichert, weil hier rusht schnell einer durch und dann zack ist es weg. Ja, da versucht das ganze Team Blau und ich habe das ganze Team Blau ausgelöscht, also runtergehauen. Mit einem Knockback-Stick, okay, Respekt. Wenn nicht, versuche einfach zu einem durchzurennen. Gut, da habe ich einen runtergeschossen und da sind sie noch in der Mitte. Ja, ich... Ah, das hat du nicht. Ich habe einfach mal schön eingedrückt. Wir sammeln einfach mal weiter, würde ich sagen. Ah, da kommt einer von hinten. Gelb. Ach nein, wir sind ja gelb. Ich versuche mir das Bett von Team Grün zu holen. Perfekt. Okay, ich warte eben noch auf die nächste Goldfuhre, dann hole ich mir ein Schwert. Nein, 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 nein. Yes. Perfekt. Okay, so, jetzt habe ich mir eben noch schön fünf Gold gewöhnt. Gut, zwei Teams habe ich schon kein Bett mehr. Ja, das haben wir gleich, das haben wir gleich. Wir müssen nur gucken, dass jetzt keiner unser Bett wieder wegnimmt. Ja, da müssen wir aufpassen. So. Ist das schon zugebaut? Ich weiß es gar nicht. Ne, ne, ist alles... Ah, doch, ja, mit einer Schicht ist es gesichert, das reicht. Weil wenn jetzt einer durchritt, dann ist er eh durch. Ja, dann... Dann kommt er so oder so an das Bett ran. Ah, da drüben haben wir doch das ganze blaue Team. Das hat doch schon kein Bett mehr, oder? Da. Ah, die greifen alle nochmal Mitte an. Gut, den einen. Oh, den einen habe ich, als er zurückgeschleudert wurde, getroffen. Okay, einen habe ich runtergeschossen. Einer ist da noch runter. Und da wird noch jemand fallen. Ah, rot, da sind alle in der Base. Ah, den kriegst du, aber den kriegst du, den kriegst du. Komm, zack. Zack, da, Mann. So. Wir sacken eben noch ein bisschen Gold ein. Grün ist noch komplett da. Rot baut gerade das Bett komplett zu. Die haben es bis oben hin zugebaut. Ah, die haben noch einen kleinen Berg oben drauf gesammelt. Okay. Achtung. Das sind zu viele. Ich versuche den mit der Rüstung... Eigentlich wollte ich den mit der Rüstung versuchen runterzuschmeißen. Ah, der wurde zurückgepackt. Oh Gott. Aber komm ruhig nach. Komm ruhig wieder nach. Ich stehe vor der Base von denen. Ja, ich höre mir nur kurz wieder einen Stick und eine Spitzhacke. Gut. Ausrüstung habe ich wieder. Ich komme. Oh Gott, ich muss mich auf die kleine Eiseninsel von denen retten. Pass auf. Okay, den habe ich. Ah, warte, ich schieße die... Ich schieße die da einfach mal runter. Die da versuchen jetzt... Okay, der ist runter. Der ist auch runter. Achtung, der eine dort in der Mitte, dem kann ich dir keine Bogenunterstützung mehr geben. Ja, hab ihn schon gequillt. Perfekt, perfekt. Einer rennt gerade zu grün, ein roter. Ah, ich habe keine Spitzhacke. Ich gehe erstmal kurz bei den shoppen. Ja gut, lenkt die mal schön ab. Ich habe eine Spitzhacke. Ja, ich baue mir kurz mal hier den Shop ein. Ich kaufe mir schnell mal eine Spitzhacke. Oh Mann, Eier. Warte, jetzt, 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 jetzt. Warte, ich baue mich von oben durch, warte. Okay, das Bett ist weg. Gut, den ersten habe ich. Gut, ich bin wieder draußen. Oh. Zack, den nächsten und... Und ich habe den auch. Okay, noch ein paar von Blau leben. Grün. Einer ist noch weggerannt. Blau ist komplett tot, nur von... Ach, Blau ist aus, ich habe mich verguckt. Grün lebt noch. Ein roter liegt auch noch. Ach, hier. Nö, nix da und tot. Nö, tot. So. So, von grün. Ich habe ein halbes Herz, hast du was zu essen? Ja, hier können wir erst mal... Erstmal auf dem leeren Magen kämpfen, das ist nicht schlecht. So. Da ist bei der Insel einer gut. Das wird nur eine kurze Runde. Und eins, zwei, drei. Und... Ich greife einfach mit zwei Herzen an. Und tot. Okay. Dann wir rutschen jetzt das Bett noch. Ach, das Bett ist ja schon. Habe ich gleich am Anfang vernichtet. Ach, das Bett jetzt noch schön abbauen. Ein grüner lebt noch. Ach, der hat sich dahinter verbarrikadiert. Hallo? Oh, der ist tot. Yeah. Gott, das war aber eine Rekordrunde, oder? Die war vier Minuten 55. Was? Eine Runde? Ich glaube, so schnell war ich auf dieser Runde noch nie. Wir haben ja auch gleich am Anfang ein Bett zerstört. Davor wurde noch eins. Ein Team direkt rausgekickt. Genial, die Runde. War auf alle Fälle geil. Und Team Blau wurde ja auch gleich am Anfang rausgekickt. Also das war eine schnelle Runde. Ja. Ja gut, dann ist das heute erstmal nur eine kurze Runde, da wir nicht so viel Zeit haben. Ja. Und dann... Ich weiß nicht. Man überlässt doch immer dem Aufnehmenden das Schlusswort. Also, komm. Ja gut, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Und wenn ihr mehr mit Logo sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und schaut auf seinem Kanal vorbei, wenn ihr ihn noch nicht kennen solltet. Und das wäre es dann. Dann kann ich das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.